Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Halo 1. Wir haben hier einiges abgeschlachtet, wollen jetzt... Oh, gehen wir mal schön an den Kollegen, hallo! Ähm, ja. Wollen jetzt da in das Raumschiff rein, das mit einem Sternenmisch von dem Himmel zu sehen ist? Naja, okay, wir gehen in das Raumschiff rein, so, zack! Sammeln ein, was einzusammeln ist, und zack, sind wir im nächsten Level! In dem Bauch, der Bestie! Wir sind drin. Ich erfasse den CNI-Transponder des Käpt'ns. Bisher keine Verteidiger. Was? Keine Allianztruppen? Sind die etwa alle piknicken gegangen? So ähnlich kann man das sagen, ne? Da, kommt einer. Wir haben Gesellschaft. Mist! Kontakte! Jede Menge Kontakte! Und los! Ich hatte den da! Ja. Hat er das Schwert? Nein, was? Jeder Schuss zieht. Wieso bin ich jetzt nicht so gut wie tot? Ihr seid ja lustig, ey. Ja. Nimm bitte! Nichts wie weg! Ausgezeichnet! Ist das so, was du drauf hast? Ja, toll. Weg da, Junge! Oh, Mann, ey. Der hat aber die Waffe, die ich brauche. Wow! Geil, Mann. Oh, fuck, jetzt bin ich alleine. Jetzt bin ich alleine. Take this! Ist das Heilung? Nee. Fuck. Bämst. Hä? Wow, da kommen die von da? Verdammt noch mal. So, zack, bumms, erledigt. Haben wir es jetzt? Ja. Ja, meine Kollegen sind natürlich auch super, ne? Da kommt auch noch welche. Verarscht mich doch langsam. Oh, Mann. Ja gut, gehen wir weiter. Ich glaube, hier war jetzt sonst keine Tür, die offen war. Die ist offen. Okay, wo wird die nicht jetzt hin? Okay, wo wird die nicht jetzt hin? Kommst zu. Wo bin ich hier, verdammt noch mal? Komplett durcheinander, ey. Das ist mir ein bisschen zu doof hier. Guck, wie viele hier sind. Wo kommt der denn auf einmal wieder her? Der macht mich auf irgendeine Art und Weise richtig fertig. Gehen wir mal hier nach. Grüner Bereich. Wir könnten versuchen, über die Seitengänge weiterzukommen. Das war schon ein bisschen aufgeräumt. Das ist gut. Hier war nichts zu näher. So, da messen wir die Waffe. Da, zack, nimmt das. Einer Blick. So, entschuldigt Leute, jetzt geht's weiter. Oh, doch nicht. Warum gibt's nicht immer noch? Upsala. Oh, ich die. Ich weiß, dass da von rechts einer kommt. Ah, die sind hier unten. Hallo. Was? Der hat voll die Ladung auf mich abgelassen. Okay, jetzt hört sich ein bisschen pervers an. Andermal, Kollegas. Wieso gibt's nicht noch? Ich verstehe es nicht. Junge, Junge. Die übertreiben wirklich. Hier waren wir doch schon, oder? Sind das jetzt die Gänge? Wo wurden gekämpft hatten? Das muss es auch jetzt gewesen sein. Gut. Oh, Mann, Leute, ey. Ich hab mich doch direkt so kassiert, das ärgert mich am meisten, ne? Kann ich nix mit machen? Gut. Er konnte nicht schießen, das heißt, wir holen uns eine Waffe. Und Plasmagranaten, sauber. Gut, jetzt sind wir unten in der Halle, wo wir schon aufgeräumt hatten. Ein Halfpack. Danke. Gut, wir können uns also immer wieder, sag ich jetzt mal, neu finden. Da drüben! Ich hab mich doch aufgeräumt, die verarschen mich doch, also echt. Ich hab wieder so eine Halle, so eine Halle in Kamm. Da ziehe ich einen. Jetzt sind wir unten. Ich wusste, dass du so... Oh, oh. Der hat einfach aufgeladen, ne? Der Bass hat aufgeladen. Wir helfen dir! Wir sind allein! Weg hier! Wir sind allein! Weg hier! Ich weiß nicht, weil ich nicht verfolgt. Und weiter geht's! Das wird ganz schön rot. Das wird ganz schön rot. Echer 4. Neue im Anflug. Boah, ich dachte grad schon ver dessen da! So. Da kommt einer rein! Da ist einer! Wollt sie mich verkack-eiern? Der wirft ne Granato und macht alle platt! Oh, ich steck'n fest, verdammte Scheiße! Ich verliere wieder Leben, bis zum Gehtnichtmehr! Ihr fucking Schildtypen! Boah, Junge! So, BAMS, Junge! Noch einer! All erledigt wieder, das ist natürlich super! Guck dir das an, die machen die platt! Wo ist hier noch einer? Da oben! Oh, meine Güte! Oh, meine Güte! Habe ich da eine gesehen? Eine gute Waffe? War doch eine gute Waffe! Jawoll! Das wollte ich! Vielleicht kommen wir hier weiter. Macht zu, macht zu, macht zu! Verdammter Nadelwerfer, du! Ein roter Ohr, ich werd bekloppt, ey. Willst du mich verkackeiern? Geh doch drauf! Geh doch drauf! Da ist nix. Dankeschön, Schild! Sehr, sehr wichtig. Der ist einfach hier weiter vorgerannt. Das gewusst hätte ich dem natürlich noch geholfen. Ihr seid doch, also echt, jetzt ist es vorbei. Wie soll das denn gehen, Alter? Boah, Jungs, ey! Ich kann mich gar nicht richtig aufheilen. So. Wenn ich von hinten komme, bin ich gefickt. Was? Was? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh! Oh! um gottes wir haben alles durch ich kann nicht versprechen dass sie wieder aufgeht wenn sie erst wieder zu ist ich wusste dass einer kommt ich hab niemand gesehen irgendwie ein Halfpack neue Waffen ja Leute die Tür aber sie kann nicht garantieren also gehen wir durch aber das sehen wir im nächsten Part bis dann und ciao